Anfangen werden wir aber im Logschlubben. In diesem Video werden auch viele Fotos zu sehen sein. Ganz einfach aus dem Grund um euch neugierig zu machen, denn den Logschlubben könnt ihr das ganze Jahr über besuchen. Nach den Öffnungszeiten bitte immer im Internet nachgucken. Ich glaube, sondern es ist immer auf. Ja, auch den Logschlubben fand ich wunderschön und sehr interessant. Nach dem Video fange ich dann an, die Videos zusammenzustellen, die von den blanken Hotelbahnanlagen handeln. Viel Spaß beim Anschauen! Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.